hier reden wir gleich BMP und Prankkanatte und noch ein gelbes Graut, ok auch nicht schlecht obwohl uns jetzt auch bald schon die rot-grün Mischungen ausgehen so, dann reden wir wieder mal so, Plankkanatte haben wir drei Stücke, verkaufen wir gleich mal dann können wir verkaufen das hier brauchen wir nicht mehr das verkauft man natürlich nicht Brüneskraut, da haben wir auch nix, die drei Smaragde könnten wir verkaufen das ist noch nicht, ok und dann kaufen wir das hier gleich ja, nice so, da gibt es hier nix Neues zum Kaufen Dunen Blacktail das kostet 40.000 ah, jetzt können wir die auch upgraden aber das lasse ich mal Ladegeschwindigkeit, Kapazität oder die TMP da können wir aber nur die Kapazität dann werde ich mal die Striker wieder mal etwas upgraden ähm, auf was gehen wir ähm, auf was gehen wir das mal okay, gut dann kurz wieder sortieren aufpassen, dass ich hier nicht zwei mit der Kräuter zusammen mische da kann nix passieren so ähm warte mal, wir fahren jetzt eine großartige Munition sortieren kurz einmal da nachladen können wir das hier wieder da aufrücken so jetzt können da hin, passt, ok, gut und dann geht's weiter ok, da ist mir zumindest keiner drin komme ich da einfach so rein wenn ich das hier hin mache ne, geht nicht, ok ah, wir können so außen rum gehen ich mach da alles hin ok, gut sonst ist da aber nicht ok ah, wir hätten eh nur so lang gehen können das heißt wenn ich doch mal kurz zurückschaue ah, wir können so gerade gehen ah, mehr so wenig so ähm, schon mal das ist Leon Request Backup ich sage Request Backup ok das Funksignal ist unterbrochen ich kann mein Team nicht erreichen wer ist sie? zumindest haben wir mal Quermunition ok, und jetzt ist der Rück wieder wahrscheinlich weil Ashley können wir immer noch nicht befreien ah, wobei jetzt ist die Tür auf einmal markiert gewesen dass diese offen ist aber irgendwas passiert da jetzt sicher ich glaube nicht dass wir es einfach so zurück können hallo ok das ist einmal halbwegs problemlos verlaufen ich mach gleich mal die Straße so, jetzt müssen wir gehen mal zum Speicherpunkt zurück zur Schreibmaschine ok so, absprechen na gut und dann zurück zu Ashley oh ok wollen wir noch weiter weg sind sagen wir ich schreib ich ich sie sie ich 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 So, okay, jetzt nehmen wir mal die Besprod. Komm her. Boah. Okay. Ich werde mich jetzt erschrocken. So, okay, da gibt es jetzt so zwei von denen. Mal schauen, ob ich die mit der Pistole in den Krieg. Entschuldige, drei von denen. Boah. Jetzt wieder mal ein Last Plagerparasit, der extrem viel aushält. So. Okay. Okay. Gleich haben wir ihn. Jetzt. Nein, es ist die Munition weg. Scheiße. Also die sind echt ewig am Boden. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. So, um, 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 um. Einmal so. Da lang. Hä? Wo ist Ashley hin? Ich muss sie rausholen. Ah, wir hatten ja, genau. Ashley. Ah, sie ist eh noch da. Leon. Leon. Du bist okay? Komm schon, wir sind hier raus. Ende von Kapitel 5. Eins. Speichern. Ja. Na, es war ja noch zu früh, um die Aufnahme-Session zu binden. Geht erst eine Stunde und 40 Minuten. Aber gut. So, Ashley ist wieder mit dabei. Mit an Bord. Okay, vier. Ich dachte gerade, wir haben 40 Gewehrmunition gefunden. Hätte ich mir schon wieder Sorgen gemacht. Huch. Ah, ich sehe schon wieder den Kussmund. Den Lippenstifter. Papierflieger. Vielleicht hast du es schon gemerkt. Aber du kannst durch den Müllschacht fliegen. Oh. Danke. Okay, ein Aida. Aber ich höre da auch schon etwas schon wieder. Ich habe schon wieder ein wenig Sorgen bereitet. So. Hinten, hinter uns noch. Okay. Ähm. 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 Okay, so, ich habe Dynamit. Oh, oh. Boah. Okay. Alles gut. Kann ich noch Munition dabei? Nee, okay. Uh, ähm, gut, ne, hier wieder mal. Ich weiß nicht, ob die Kabeln die uns Schaden machen können. Dachte man am Anfang schon. So, schnell die Munition mitnehmen. Nicht, dass wir wieder dies bei uns gehen. Jo. Oh, shit. Autsch. So, äh, gut. TMP wieder. Ah, TMP-Munition. Da haben wir es wieder. So, und ich glaube, da müssen wir jetzt, oder? Ja, genau. So. Warum leuchtet es jetzt da auf einmal rot? Ja, TMP-Munition. Looks like this is it. Ugh, it stinks. Sure does. No way, Leon. Way? Ah! Ich weiß nicht, ob du dich auf dem Kopf landest. Du... Was ist das? Komm, los. Ich weiß ganz genau, was das ist. Das war das übrigens für ein billiger One-Liner, gerade von Leon. Aber okay. So. Wieder kein Schatz, okay. Kein Schatz, habe ich irgendwo eine Schreibmaschine oder sowas? Da hinten dann, okay. Jetzt wird es schon langsam Zeit zum Abspeichern. Also wenn der nicht zum Leben erweckt, wird der weiß es auch nicht. Okay. Bitte, geh den mal. Ja, das war so klar. Aber frag nicht. So, und jetzt locken wir es mal da hin. Dann können wir es. So, ein bisschen näher noch. Ein bisschen näher noch. Und da. Bitte, es hat er überlebt. Bier. Danke. Da, gib mir nur 5000 Peters. Danke. Das ist gerade 20.000. Alter, schnell. Da haben wir die Gewehrmunition. So. Gut. Aber dank dem bist du weich gelandet, Ashley. Man muss immer positiv sehen. Hätten wir den auch einsperren können. Okay. Egal. So. Denken wir, dass wir das hier einfach verschieben müssen. Ah, sie hilft uns. Okay. Ich herrsche wieder. So ein Ding. Wenn das wenigstens die normalen wären, die wir am Anfang getroffen haben, die gingen ja. Ah, und das ist auch wieder so ein normaler. Perfekt. Aber. Ich möchte das probieren. Ah. Kannst du bitte den Weg nehmen, den ich will. So. Okay. Das hat nicht genug. Schade. Ah, shit. Das ist aber nicht. Das ist doch wieder so ein oder was. Hinten auch einen Parasiten hat. Ja, wo muss ich leider wieder? Oder muss ich? Ich könnte natürlich was Böses versuchen. Ja. Der Plan wäre wieder so perfekt gewesen. Weiter. Ja. So. Ähm. Ja, das war mir alles klar. Was ist das Ding? So, dann machen wir den jetzt nochmal. So, dann machen wir den jetzt nochmal. Ich hoffe, der kann keine Schalter betätigen. Das sieht doch nicht so aus, wenn ich das jetzt. Dann machen wir den jetzt nochmal mit der PMP. Meine Schale. Ich könnte mit dem am besten... Nein. Warte mal hier. Oh. Das ist nicht gut. Ja, komm. Und vorbei. Aber er ist tot. So, nochmal. So, also. Den betätigen wir. Er lebt. Was ist der Fink? Ja. So. Einmal. Dreimal. Dreimal. Und einen Schuss verschossen. Viermal. Fünfmal. Und laufen. Aha, jetzt überlebt er. Achso, weil er vorhin auch von dem hier Schaden genommen hat. Aber okay. Lass es errichten. Zack. Dann bitte den 20.000 Peters wieder. Danke. Das haben wir schon einmal aufgesammelt. Okay. So, dann verschieben wir das wieder. So, jetzt dauert die Aufmerksamkeit schon wieder länger. Ähm, dann nehmen wir das hier wieder. Das nehmen wir auch gleich. So. Hallo, junge Mann. Arme. Dreimal. So. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Das überlebt er wieder. Genau. So, jetzt müssen wir kurz warten. Machen wir das. Ah. Komm. Jetzt bin ich aber dann sauer. Dann kommst du jetzt so. Vorüber. In die Ecke. Danke. Einmal so. Hier. Gut. War ja nicht so schwer. Und wieder 20.000 Peters. Alter Schwede. Okay. Oh, da kann sie sich verstecken. Okay. Sonst ist da eh nix. Gut. Ähm. Da geht's weiter. Ähm. Ähm. Da geht's eh nix. Okay. Dann müssen wir eh da weiter. Oh. Okay. Ähm. Ja, für dich aber wieder das Schrot. Gut. Der haut nicht so. Oh. Der hat nicht so viel zu melden gehabt. Das ist echt abnormal, wie viel die hier aushalten. Und wie lange die brauchen, bis die mal umfallen. Da. Okay. Ich mich aber hier nochmal. Ah. Der hat noch was getroppt. Das nehme ich aber mit. Bevor das weg ist. So. Ähm. Sehen wir uns kurz noch da um. Dann würde ich sagen. Es wäre nicht mehr so weit bis zum nächsten Speicherpunkt. Grünes Kraut. Dann liegt da eh nix mehr. So. Oh. Oh. Das schaut nicht gut aus. Da geht's runter. Okay. Ähm. Gut. Dann würde ich sagen aber. Ähm. Dann werde ich hier die Aufnahmesession beenden. Und nachdem ich dann eh gleich weiterspiele. Also für die nächste Aufnahmesession. Ähm. Ja. Werde ich dann hier dann einfach gleich die neue Aufnahmesession anstatten. Und ja. Dann müssen wir jetzt nicht weiterspielen. Bis zur nächsten Schreibmaschine. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder. In einer neuen Aufnahmesession wieder. Oder zu einem anderen Let's Play. Bis dahin. Ciao. Bist. Ii. .